Den Versuch war es mir immer wer. Ja der Skobold, du kriegst direkt mal eine Hand. Okay. Okay. Oh, mir Zwerge, au, 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 au. Du hättest auf den Kopf zielen sollen. Alter, da ist Schweinebarzuck hier. Okay, sein Schild hab ich weg. Oh, 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 oh. Alter. Alter. So, was haben wir noch? Oh, der ist auch down. Da bleibst du kurz stehen. Oh, du Kalypse ist sofort. Ich habe wieder Saft. So, jetzt brennen wir dich mal ein bisschen. Elektrischer Tod. Oh, deine Ätze ist alles viel leichter auf dich zu legen. Hier brenn ein bisschen. Natürlich bist du resistent gegen alles, du Lapp. Aber ich habe ja Blitzschläge. Aua, au, 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 au. Ja, okay. Dann so enden wir einfach mal. Und natürlich nicht. Oh, doch. Der Kobold fällt. Sein kleiner Schweinepo wird das Land nicht mehr heimsuchen. Okay, das war so viel Loot. Du bist eine Elfer im Magazin. Du bist ja jetzt nicht schlecht. Die Grabspross bringt mir auch nichts. Ich kann es kaum abwarten, irgendwas zu zaubern. Okay, du Mann, das ist auch nichts wert. Du bist auch nichts wert. Ich nehme dich mit, wenn du Berserker bist. Okay. Hier sind coole Sachen. Fucking Sense. Mit Erzmagier. Big Damage. Ein Großschwert. Ein blaues. Über 100. 15 Damage ist schon krass. Aber wird wahrscheinlich nur verkauft. Nee, nee, nee. Dich nehme ich wieder mit. Großscherte Betäubung. So, komm. Nehmen wir gleich den Zauber, den ich auf jeden Fall mit. Was ist eine Bebenderuption der Schauer? Der Zauber wird in einem großen Radius um die erste Explosion wiederholt. Du hörst dich cool an. Ich rüste dich mal aus. Erruptor! Und hat einen relativ hohen cooldown. Okay. Muss ich dann gleich wieder austauschen. Und Ladung, Eruption der Erholung. Das ist nochmal dasselbe. Nee, hinterher ist... Aha, hinterher ist einfach so eine lustige Pfütze. Okay. Crap. 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 2, 3 und 18. Ach, der ist eine Eruption. Okay, der ist ein Zauber. Crap. Crap. Ist der verschwunden? Despawnt der Loot nach einer Zeit? Fuck. Okay. Nee, aber sonst ist was. Da einfach noch Sachen einsammeln, was über 200 wert sind. So wie diese Amulette und so. Hier, die Rüstung nehme ich jetzt noch mit. Ja, das ist auch despawnt. Das Zeug despawnt nach einer Zeit. Das ist natürlich mies. So. Passt, jetzt hab ich noch ein bisschen Zeug mitgenommen. Jetzt geh ich auf die Map. Und geh zu Kropf's Kropf. So, eine Big Boy-Rakete ist da. Du bist der Waffenladen. Ah, du hast mich unvorbereitet erwischt. Äh, warte, warte, was brauche ich überhaupt? Scharfschutzmonie. Da. Jo, da hab ich wenig. Kaufen wir mal. Oh, du bist weg. Du bist neu. Du bist weg. Ich hab eigentlich nichts geiles gefunden, was ich behalten will. Ja, eigentlich nicht. Nur so die Special-Sachen. Aber... Ich hab jetzt noch ein bisschen geiles. Ja. 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 Mit Blitze und Feuer, dass ich einfach ganz viel rausballern, zauber. Okay. So. Verkaufen. Äh, allen Crap weg. So. So. Inventar. Was hab ich da noch drin? Okay. Fast nichts. Ach, stimmt. Der sollte ja auch weg. Wolkenbruch. Ich könnte ja auch den durch den ersetzen. Und hier mit Wolkenbruch. Alkane Geschosse. Loll, ich kann die Zeit gleich zaubern. Fuck. Jetzt sind wir meinen zweiten Wolkenbruch. Warte mal. Zurückkaufen. Wo sind wir jetzt zaubern? Nein. Nur die aktuellen. Schade. Aber du kommst weg. Natürlich hat sich da jetzt noch Muni drin. Fuck. Ich kann ja beide gleichzeitig auch noch machen. Ja, okay. Wir haben leider nicht alle Würfel gefunden, aber einige. Ist doch geil. Auch für die Oberwelt. Ach. Was hat denn heute so ein Durst? So. Jetzt schauen. Das ist Schlagen. Sehr wichtig. So. Wir müssen zu Leuten. Da oben ist immer noch der Würfel. Ich bin wieder im Rennen. Wir werden ja sehen, wer der wahre Alchemist von uns ist, Brüder. Ich bin wieder im Rennen. Wir werden ja sehen, wer der wahre Alchemist von uns ist, Brüder. Ich bin wieder im Rennen. Deine bezahlen. Ich suche die Wahrheit zwischen Materie und Mythos. Verzauberung freigeschaltet. Zauberbeutel ist besonders mächtig und kann verschiedene magische Effekte und Attribute mit sich bringen. Du wirst das bald bei Folgen gelassen, Waffen und Aussagen bemerken. Okay. Ich habe wieder ein Level und nehme wieder Nachleihzeit. Und jetzt kann ich auf das hier unten gehen, oder? Ist jetzt richtig? Und wir sind hier auf maximale Zauberabklingzeit. Yay! Geil! Ich hätte ein Charme mehr Int nehmen sollen und nicht so viel Geschick. Ich habe mal eine Crit Chance. Das muss ja der Waffenpräzision bestimmt ein... Achso, mach da einfach nur ein normaler Crit Chance und Schaden. Ist doch nicht blöd. Skill ist halt nur Action Skill und nicht Zauber. Link. Minus 4 Consti. Ja. Mein Gott. Ja, hätte du das besser machen können. Aber wir sind jetzt hier voll. Wir sind auf Int. Wir sind super intelligent. Wir sind der Mega Mage. Und wir haben noch Belvedance und Bade. Das heißt, wir gehen jetzt zu Belvedance. Nein. Mit dir will ich jetzt nicht kämpfen. Ich muss nicht mehr viel Gold haben, wenn ich ein Ding habe. Du lässt mich vor meinen Fans heiß aussehen. Und ich helfe dir vor deinen Fans heiß auszusehen. Falls du welche hast. Ja doch, habe ich. Habe ich. Yay. 176 Gerüstung. Da vorne ist ein Ausrufezeichen. Da habe ich was bekommen. Warum gibt sie mir ein scheiß Kilomanden Ding? Willst du mich verarschen? Ich müsste eigentlich nach Prachthof mal kurz gehen. So. Ist die Spritzer. Mal schauen, ob es da neue Quests gibt. Aber eigentlich nicht, weil das war nicht, was ich gemacht habe. Und Story-mäßig bin ich nicht weiter. Ach. Ich scheint hinsetzen hier. Komm. Lade. Jawoll. Ja. Diese Spritzer muss auch erstmal hier ein bisschen gerendert werden, natürlich. Ja. Jetzt halt. Ist es. Für sie ist. Gehen wir jetzt rein. Da haben wir jetzt unseren. Ups. Unsern Safe. Ablegen zu mir. Zack. 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 Die behalte ich eigentlich nur so in der Hand. Ja. Brauche ich eigentlich auch nicht mehr. Die kann eigentlich weg. Du bist eingelagert. Du bist eingelagert. Dich nehme ich mit und der Rest ist ausgerüstet. Jawoll. Jo, Uzi. Was geht? Und wir haben hier auch ganz viel neues Zeug freigeschaltet. Gesichtszüge. Gesichtsdekoration. Ich habe neue Haare frei. Oh, ich habe eine geile Kapuze freigeschaltet. Was hatte ich jetzt? Einfach so ein... Na, stopp. So, genau. Raiderzopf. Ich könnte ja auch Umhang und Dolch nehmen. Das ist natürlich geil. Komm, das nehmen wir. Gesichtszüge Dekoration. Tattoo Farbe. Habe ich eine neue? Naja. Ich sehe nicht mehr, wie die Tattoos da sind. Ey, leider nicht mehr. Schatten habe ich da. Ui. Oh, schau mal. Ach so, gelb. Fließende haben. Geil. Lidschatten. Können wir auch fließende haben oder so. Ja, okay. Aber keine Ahnung. Rouge habe ich auch noch anderen. Das sieht man aber auch nicht so wirklich. Komm, nehmen wir Feenblute einfach, weil ich es kann. Und nur Lippenstift. Weil ich habe Nimmerstromschatten. Ist der erste Lippenstift. Naja. Kenne ich jetzt keine großen Unterschiede. Eventuell sieht man das bei dem Mage auch nicht bei den Dingen. Oh, schau mal wie er jetzt aussieht. So, hier rotieren. Mit der Kapuze. Schaut vielleicht noch zaubermäßiger aus. Geil. Rüstungsdekoration. Rüstungsbooster. Ich habe Todesfisch schickt. Neu ist noch Blüfe und Glitzer. Ihr kennt da jetzt keinen großen Unterschied. Warte mal, vielleicht ein wenig rotier auf der Rückseite oder so. Nicht wirklich. Das ist ein bisschen strange noch. Geflickter Kuras. Was ändert sich da denn? Keine Ahnung. Da war ich bei Todesfisch schick. Aufgeledert. Ah, das ändert aber auf jeden Fall was. Ah, trockene Hitze. Oh, einfach matt. Lol. Wie das Muster sich hier... Das ist geil. Ist aufgeledert. Schaut wirklich so rüstungsmäßig aus. Ich könnte da jetzt mehr Robenmäßiges weitergehen. Malische Kritzeleien. Ne. Neue Primärfarbe. Schmutziges Eisen. Naja. Nein. Ist mir schwarz-chrom. Kerlweiß-chrom. Okay. Purer Stahl. Alter, wie das aussieht. Schaut voll schrecklich aus. Das sieht voll schrecklich aus. Ne. Ne. Ich muss auf jeden Fall auf Midas Night bleiben. Weil das schaut sonst echt grottig aus. Territär. Da könnte ich was ändern. Theoretisch. Ja genau. Das hatte ich glaube ich auch hier auf 25 Karat. Die Territärfarbe. Da bleibt man auch dabei. Dann stopp. Dann. Emotes. Enttäuscht. Na ja. Slot 3. Ach kann ich nicht einfach Ding. Okay. Guter alter Schimmie. Den nehmen wir mit. Schimmie Schimmie. Hier nehme ich eine Haserei. So. Banner. Wir haben neue Bannerformen. Ja. Ne. Der Banner war bei unserem. Farbe Vollmond war meine. Ah ja. Die rote hat auch was. Aber. Ja ich meine. Ich bin schon echt gut dabei. Schreibe. Streifte Schriftrollen. Ja. Oder so basic Sachen. Hey. Das Borderlands Icon. Der Kammerbogen. Offene Schatzkammer. Oh. Auf Geld. Ne. Da bleiben wir auch bei meinem. Streifte. Oh. Mist. Da hat Boreasch. Dämmerung. Oh. So mit Blau hat das. Hat es aber auch was. Aber ich werde bei. Neue Banner. Farbe. Dinger. Habe ich. Eine geknotete Schlange. Und natürlich das Kammer Symbol. Okay. Mit einem strahlenden Stern. Und bei der Symbolfarbe. Die kann man natürlich auch noch ein paar verschalten. Aber. So. Und natürlich. Ich gehe. Wie. Wie denn. Unsere Statue. Hat neues Material bekommen. Musiges Holz. Naja. Da ist ein Kalkschenk. Da ist bleibt Sandstein. Aber. Wir haben auch eine neue Form offenbar. Tapfer. Unerschütterlich. Anmutig. Triumphierend. Einfach. Vorbildlich. Anmutig ist aber auch nicht schlecht. Wie gesagt. Naja. Einfach. Unerschütterlich. Und damit. Zumindest. Ja. Durch. Mit dem Zeug. Alles. So. Eine Quest. Gibt es nicht. Mal schauen ob ich. Das Ding. Die ist ja abgeschlossen. Hm. Ich benutze einen Skelettschlüssel. Zum letzten Schicksal. Ich verwende den Kontrollpunkt. Punkt her. Okay. Kampagnen. Achso. Achso. Der Schusser. Ich suche aber eben den Schmied. Wo war der Schmied? Da oben. Da ist der Schmied. Da will ich hin. hin. Das heißt. Ich gehe jetzt da raus. Und dann nach rechts. Schmied. Schmied. Zeug.